Wir trainieren zwischen 25 und 30 Stunden pro Woche. Wir sind ein tolles Team, denn wir sind Freunde, auch vor der Gymnastik. Wir gehen zusammen in Weckham-Final. Wir sind sehr energisch und disziplinbewusst. Wir sind auch immer bereit, wenn wir müssen und eigentlich immer freundlich. Im Traum als Sportler ist es, an den Olympiaden mitzumachen. Mein Ziel ist das in Tokio 2020. Ich glaube, dass wir gewinnen können, wenn wir versuchen, versuchen. Eine sehr schöne Sportart ist zum Zuschauen, finde ich. Einer der schönsten Sportarten. Wenn man es selbst machen kann, ist es natürlich umso schöner. Es ist total hyperaktiv. Es ist ein tolles Team für die Gymnastik. Es ist ein tolles Team.